Um mit dem Felsanitäter von Level 2 auf Level 3 zu kommen, müssen wir 15 Gegner mit einer Feuerwaffe töten und einen Spieler mit einem Erste-Hilfe-Set stärken. Wie soll ich das denn machen ohne... also nicht im Koop-Modus? Äh, wie... jetzt mal ernsthaft, wie soll das gehen? Zählt das, wenn ich mich selbst stärke? Ich meine, ich bin ein Spieler. Zählt das? Ich hoffe, es zählt, wenn nicht, weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Es zählt, sehr gut. Ich helfe dir! Ja, bitte. Eieiei. Ich habe leider kein erweitertes Magazin für die MP gekauft. Das sollte ich vielleicht demnächst in Angriff nehmen. Noch mal kurz nach Arrow 1 zurückkommen. Ich habe halt so kaum eine Chance, da zu treffen. Ich kann auch den Schalldämpfer nicht abmachen, denn der ist integriert in die Vektor-Shorty. Oh, weg da! Habe ich da jetzt wenigstens noch einen gekillt? Nee, natürlich nicht. Oh, okay. Dann... Ah, guck mal, da können wir hoch. Und dann können wir eventuell da im Hafengebiet noch ein paar Gegner pläten. Ah, das Einsteigen, nach wobei? Ich warte ja nur im Immersive-Mode auf die. Im Let's Play. Hierbei geht es mir nur darum, schnell die Level hochzuholen. Ja, genau. Steig doch da aus, wo der Steg nicht ist. Würde ich auch so machen. So. Okay. Dann schauen wir mal. Wo wir da noch ein paar Leutchen haben. Da haben wir einen Scharfschütze. Das Ding hat halt gar keine Reichweite. Die Waffe. Reichweite ist halt nahe null. In deinem Gebiet ist nichts. Meinst du? Meinst du, meinst du, in deinem Gebiet ist nichts? Stufenaufstieg. Nice. Oh, ist der geflogen. Und er hat gar nichts mitgekriegt. Wie nice. Normalerweise kriegen die das doch mit, wenn hinter ihnen ein Kamerad einen Headshot bekommt. Oh, hallo. Mein Magazin ist leer. Er darf nicht schießen. Denn wenn er schießt, ist die Kacke am Dampfen. Und sie ist ja echt ultra leise. Gibt es da irgendwie eine Statistik zu? Nein, da gibt es keine Statistik dazu, wie laut die Waffe ist. Ich könnte sie eigentlich auch auf Einzelschuss stellen, aber da ich noch nicht so richtig weiß, wie sich der Bullet Drop hier verhält, lasse ich das mal bleiben. Für den Anfang zumindest. Ich verbrauche halt auch ultra viel Munition. Sieben Gegner noch töten. Da hinten läuft gerade einer den Kiesberg runter. So. Ich bin Sanitäter. Lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Noch sechs Gegner. Entschuldigung, das Delta Company Shirt. Und alle Mitglieder der Delta Company bekommen am Anfang. Allerdings. Also auch noch ein Sportwagen. Mit Delta Company Logo drauf und Farbwechselack. Und noch einer. Bäm. Und damit sind wir auf Level 3. Sehr schön. Nice. Tschüss. Vielen Dank.